Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und bevor wir uns dem neuen aktuellen ATTE aus der Star Wars Serie widmen, der relativ viele gute Bewertungen bekommen hat, ob das sich mit meiner deckt, kommen wir gleich zu, haben wir erstmal ein bisschen Geschichtsstunde. Und wir starten mit dem Jahre 2003. Da gab es nämlich die 4482 der ATTE mit 658 Teilen. Er wurde dann abgelöst durch die 7675 mit 798 Teilen, also ein paar Teile mehr. Und das Ganze war erschienen 2008. Und auch hier sehen wir sogar schon Ahsoka Tano, die dann dabei war. Aber als nächstes von den Größeren, es gab noch ein paar kleinere dazwischen, gab es dann die 75019 2013 mit 794 Teilen. Immer so ein paar wenige Teile mehr und fünf Minifiguren, die wir dabei haben. Man guckt es sich genauer an. Das Ding hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was wir uns heute angucken werden. Das gilt nicht für Captain Rex T-A-T-T-E. Die 75157 aus dem Jahre 2016, die wir hier sehen, die hatte 972 Teile. Und wie wir sehen, sah dann schon ein bisschen anders aus. Ich glaube, den hatten wir mal in einem Fantalk verlost. Aber na gut, die Älteren erinnern sich noch. Ja, und jetzt, jetzt kommen wir zur aktuellen Version aus dem Jahre 2022. Und das ist der mit den meisten Teilen bisher. Und auch, wenn man zumindest die Druiden alle mit dazu zählt, die Version mit den meisten Minifiguren. 1082 Teile sind es nämlich. Und das Ganze kostet allerdings jetzt auch solide 140 Euro. Das Gute ist, dass es das Set auch immer wieder mal in durchaus netter Rabatt-Version gibt. Teilweise gab es das sogar schon für unter 100 Euro. Jetzt habe ich es so gesehen, bei 107 liegt da so der typische Preis, wo das Ganze anfängt. Und immerhin, neun Minifiguren sind dabei. Da gibt es nicht viele Lego-Sets von Star Wars zumindest, die in dieser Region sind und so viele Minifiguren haben. Es sind immerhin sechs Tütengruppen, die hier gebaut werden. Und ja, die Anleitung ist hier nochmal in Pappe gesichert, damit sie sich da nicht zu sehr zerlegt. Ich habe aber auch schon von anderen gehört, dass es wohl noch Versionen auch gab, wo es in Plastik eingeschweißt war. Ja, habe ich selber nicht so gehabt. Das Ganze ist übrigens ein Rezensionsexemplar. Das erinnert nichts daran, dass auch diese Version Sticker hat. Aber einen Großteil davon müsste man nicht zwingend anbringen. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, nach so ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden Bauzeit liegt das Ganze dann so vor uns. Und da sehen wir schon, die Sticker, ja, die sind da eher so an der Seite angebracht. Aber wir starten erstmal mit den Druinen. Wir müssen uns ja steigern können. Und drei davon sind da drin. Die sind jetzt sicherlich nicht das Highlight dieses Sets, weil, ja, wer Star Wars Sets sammelt, der neueren Art, der hat auch diese Druinen. Die haben sich mit der Zeit immer leicht verändert. Bei denen finde ich hier ganz schön, dass sie auch tatsächlich so diese Augen haben. Man hat quasi das Gefühl, Roger, Roger zu hören. Aber nee, dafür kauft man das halt nicht, sondern hierfür. Das ist sozusagen der Master von allem. Cody. Also der Master von den Minifiguren hier. Commander Cody. So viel Zeit muss sein mit seinem Orange. Klar herausstechend. Und so in dieser Form bisher nicht erhältlich gewesen. Cody gab es zwar schon, aber nicht in dieser Phase 2 Version. Und wir sehen gleich, er hat es auch geschafft, ein anderes Gesicht zu bekommen als die anderen. Weil wir haben noch weitere Klonsoldaten der 212. Bataillon dabei. Die sehen allerdings alle einen Tick anders aus. Haben sich auch leicht verändert. Also auch die haben ein bisschen mehr an Details nochmal bekommen. Auch farblich bei ihren Bedruckungen. Die Helme haben jetzt so kleine Löcher, damit dann da auch dieses Visier, dieses Zusatzvisier dann reingeklickt werden kann. Da sehen wir es. Und da sind nicht nur die drei von der 212. Sondern wir haben auch noch einen Kanonier. Also einen, der auch das Schiff, glaube ich, noch lenken kann. Das ist der Herr links. Den gab es zwar in dieser Form auch schon grundsätzlich. Hier hat er aber noch ein bisschen was Gelbes bekommen. Das war vorher noch nicht. Da sehen wir es hinten. Also ein kleiner Farbspritzer mit rein. Das hebt doch gleich die Arbeitsmoral. Vom Gesicht her ist er aber der gleiche Klon. Da ist nur Cody, der tatsächlich ein bisschen Abwechslung in die Sache reinbringt. Dann haben wir hier diesen Zwergspinnendruiden. Den finde ich eher die schwächste Sache an diesem Set. Ja, er kann da vorne seine Kanonen so ein bisschen raus und bewegen. Hat da so wie so zwei Augen in diesen Telefonhörer reingedrückt. Zwei rote Teile an der Antenne. Ja, lässt sich alles ein bisschen bewegen. Aber auch alles irgendwie so leicht instabil. Also diese Beine, fand ich, die sind mir immer wieder abgefallen. Ja, hätte es nicht gebraucht, finde ich. Den hätte man fast auch weglassen können. Was man nicht hätte weglassen können, wäre natürlich der ATT-E-Walker. Den nämlich gab es natürlich handwergisch gesehen schon öfter. Der hier ist jetzt aus Clone Wars, also aus dem Film, sprich aus Star Wars 3. Und ja, der ist schön solide. Also schon die Beine, die so ein bisschen an so ein AT-AT ja vielleicht auch erinnern, sind so angebracht, dass sie erst mal, wenn er in der Luft hängt, und wir sagen, es gibt extra einen Griff dafür, dafür schon mal Props, das war ja nicht bei allen Sets bisher so, dass die so schön rumschlackern da. Aber sobald er auf dem Boden aufkommt, sitzt er bombenfest und wackelt nicht. Das ist cool. Er hat da hinten zwei Kanonen. Wir sehen da, wir können auch so ein bisschen reingucken. Es gibt da viele Details, auch an den Beinchen. Und ich sage ja, diese Aufkleber, ja, an den Seiten täten die nicht zwingend Not. So, dann sehen wir von vorne eine große Kanone und vier kleine. Und dann diese Kommandokapsel da vorne. Da oben sehen wir zwei Noppen. Da kommt, das habe ich aber später erst festgestellt, als ich das hier einsprach, da unten der rote, dieser rote Vierer, die Fliese dann hin. Da habe ich einfach mal das Ding tiefer gelegt. Naja. Ja, aber die Aufkleber, die zeigen ja nur so ein bisschen da, dass da so ein bisschen Schmutz und Staub und was gerüdelt dran ist, da oben auch. Also die kann man fast weglassen. Das Einzige, finde ich, was man nicht weglassen kann, sind da unten, sieht man es gerade, dieses Zeichen, was ja da doch dann sehr prägend ist auf dieser Rundfliese. So, vorne können wir die Kanone ein bisschen hoch und runter machen. Da sind auch noch Stud-Shooter. Da können wir hinten eine Figur reinsetzen. Also idealerweise natürlich eben den Klonkanonier. Der sitzt da allerdings ein bisschen flockig-lockig, weil da hat er keine eigenen Noppen für sein Pöscherchen. Aber das ist eben so. So, hier, der, der da sitzt, der kann sich da festkrallen in seine, in die Noppen. Und hier sehen wir, da ist noch so ein kleines Gitterchen vor und das Ding können wir einfach rausziehen an so einer Schiene. Und siehst du, so, so muss es richtig sein. Nur, dass man es mal gesehen hat. Ja, das, ich habe das Teil wirklich stundenlang gesucht. Und erst jetzt fiel mir auf, nachdem ich dann auch noch mal so ein bisschen mehr andere Bilder angeguckt habe. Da war das Teil. Ich habe es nur einfach falsch angebracht. Gott, man muss auch doof sein. Übrigens habe ich auch eine Stunde nach den Minifiguren gesucht, weil mein Sohn die in einem Playmobil-Modell versteckt hat. Ja, das ist, aber das, das sind so meine eigenen Schicksale. Das, übrigens, diese Kanonen immer vorne und hinten durchaus mal sich lösen, das ist leider öfter der Fall. Weil die da doch recht locker dran hängen. Das dürfte im Spiel öfter passieren. Was cool ist, ist, dass man alles hochklappen kann. Und auch die Seitenteile so ein bisschen raus und hoch und so. Also, so, dass man auch drinnen, es ist ja immer noch ein Spielmodell, muss man ja wissen, 9+, dass man da dann auch ein bisschen was damit anfangen kann. Ja, so, jetzt haben wir es auch alles auf. Und da sehen wir immerhin, passen da 1, 2, 3, 4, 5 und auf der anderen Seite nochmal 2 dazu. Also, 7 Sitzplätze. Wir haben auch da hinten die Möglichkeit, unsere Waffen dann reinzustecken. Wir haben da vorne so eine Kontrollpult und da, ja, ein Feuerlöscher und sogar, da rechts sehen wir es, einen metallenen, ja, beziehungsweise silbernen Kaffeebecher. Ich meine, nicht der rote oder gelbe. Wir können dieses Mittelteil sogar rausnehmen. Eigentlich soll das allerdings etwas festsitzen. Also, ja, aber man könnte es auch rausnehmen zum Spielen. Da sehen wir, was so ein Transparenzelement, das gehört da nicht zu. Nur das noch als Hinweis, da ist ein Vierer Grau eigentlich drin, aber der war weg. Da hatte mein Sohn das Ding übrigens angefangen zu bauen. Deswegen, ich will da ja nichts vorwerfen. Kann auch sein, dass Legos tatsächlich selber nicht drin hatte. Aber das Teil haben wir auf jeden Fall nicht gefunden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eigenverschulden ist. Da ist angedeutet, dass da so ein Gang in der Mitte wäre. Da ist aber keiner so richtig, weil da ist dann ja auch dieser Hebemechanismus. Wir können das hier tatsächlich rausnehmen. Da sind zwei weitere Sitze. Und auch hier, da können wir es mal wieder reinmachen, gibt es noch so ein bisschen gerödelt drumherum. Es gibt auch irgendwo noch eine Kiste, wo dann zum Beispiel so ein paar Thermaldetonatoren drin sind. Ja, also zum Spielen durchaus was da. Andererseits kann man es auch einfach als erwachsener Lego-Fan sich ins Regal stellen und sieht immer noch nach was aus. Ist immerhin ja vier und fern 40 Zentimeter lang das gute Teil. Und wie ich bei Stonewalls.de gelesen habe, ist es wohl sogar einigermaßen maßstabsgerecht. Weil das Original, wo so um die 20 Meter, zumindest laut der Idee der Macher, sein sollte. Ich finde es cool. Dies hochheben und dann, dass er da auch wirklich eigentlich ganz schön sich mit den Füßen da in den Boden. Nicht gräbt natürlich, aber der sitzt solide. Also da muss man nicht lang rumfummeln. Nö, dat sitzt. Und mit dem Hai heben, da finde ich es auch cool. So, siehst du, da hängt er eben dann doch ein bisschen schief in der Gegend rum. Und wenn ich zu wild da rumfahren würde, dann könnte er mir da oben auch wegknallen. Aber, Herrgott, ja. Es ist ja ein Klon. Dann machen wir uns eben neun. Nein, um Gottes Willen. Jeder Klon ist wichtig. So, und siehst du, jeder von diesen blauen, die man da wegschießt, ist auch wichtig, wenn man sie denn wiederfindet. Also zwei Shooter, die wir da haben. Ja, genau. So, dann gucken wir nochmal in die Anleitung. Und da sehen wir das Kampfgetümmel. Wir sehen, dass ich sämtliche Aufkleber aufgeklebt habe. Und wir sehen die einzelnen Bauschritte. Wir fangen an mit den Druiden. Dann geht es ins Innere. Vorne dann ein bisschen was ran. Und dann wird langsam, kommen die Beine noch mit dran. Schließlich die Verkleidung. Und dann noch ein bisschen was aufs Dach, damit es nicht reinregnet. Jo, und ein Teile-Trenner ist auch dabei. Damit man nicht auch weiß, wie man den nutzt, ist dann ein bisschen was an Anleitung dazu. Weitere Hintergrundinfos finden wir hier nicht. Aber hinten dafür einiges an Infos, dass man ja keine von den Funktionen, die beim Bauen sich eigentlich von selbst ergeben, vergisst. Dass man hier zum Beispiel schießen kann. Ja, das ist wenig überraschend, dass man es halten kann. Gut, das sollte man vielleicht wissen. Dass man die Skat-Gruppe, die fröhliche, da um den Tisch gruppieren kann. Dass man hier diese eine Teil rausnehmen kann. Dass man vorne was rausnehmen kann. Ja, habe ich alles gezeigt. Haken dran. Ist gezeigt. Und fertig. Und damit kommen wir zum Fazit. Schönes Modell, finde ich. Nur viel zu teuer. Aber wenn man es tatsächlich dann auch im Angebot so um die 100 vielleicht auch drunter kriegt, da wird es sicherlich für viele auch interessant. Insbesondere eben auch, weil es wirklich schön viele Minifiguren sind. Und damit ja auch für Sammler mit Cody und den neuen Versionen von der 212. Dann interessant ist aber eben auch für Kinder, wenn sie damit spielen wollen. Und mit vielen Minifiguren kann man viel anfangen. Erst recht, weil die auch alle passen. Das ist ja auch nicht bei allen Transportern oder Ähnlichem bisher der Fall gewesen bei Lego, dass alle Minifiguren auch, die zu einem Modell gehörten, auch da irgendwie Platz drin fanden. Nö, das ist ja der Fall. Gehen sogar noch zwei mehr rein. Also das ist doch, oder drei sogar. Das ist doch cool. Also diesen Spinnendruiden da vorne, den hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Den finde ich ein bisschen wackelig auch. Und ja, nö, ansonsten schönes Teil. Hoher Preis. Und Aufkleber ist leider Standard bei dieser Größe. Aber man braucht sie nicht alle. Kann man ja selber entscheiden, ob man sie braucht. Jo, das war's. Vielen Dank an Lego für das Rezensionsexemplar. Bis bald. Und tschüss.